Was geht ab? Schoko-Freunde! Willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute mal wieder eine schön entspannte Runde. Minecraft-Party zusammen mit Logo und Gambo. Viel Spaß! Challenge, wer die meisten Einsen würfelt. Okay. Ah. Drei. Ich auch. Nachmacher. Alter, Gambo ist fürchterlich, Junge. Ich hasse ihn. Ja, ich auch. Wo, wenn die Aufnahme vorbei ist, Alter. Der Reuspert immer. Macht alle nach. Ja, Alter, der Reusper-Mann, Alter. Ich kann ihn nicht mehr hören. Warum ist das so? Oh, na, 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 heiße Kartoffel. Du gewinnst, wenn du die Kartoffel behältst. Mini-Badwars, Alter. Das würde mich richtig happy machen. Das fehlt noch als kleiner Modus. Nice. Das wäre so geil. Ja, du musst eine Kartoffel haben, Gambo. Ja, du musst die Kartoffel essen. Wenn du die Kartoffel... Ich, oh mein... Ich wurde gekickt. Wurde dir auch gekickt? Das ist das ganze Geheimnis. Du brauchst einfach nur die Kartoffel. Seid ihr noch drauf? Ja, ich bin noch da. Ich wurde gekickt. Wie gekickt? Warum werde ich immer von Servern gekickt? Warte mal, warte mal, warte mal. Du wurdest aus der Mario-Party-Runde gekickt? Ja, eine vorhandene Bindung wurde vom Remote Host geschlossen. Ah, dann Flash-Hub, Alter. Oh mein Gott. Ach, kriegt man da nicht einen Timeout? Oh nein. Ja, wenn, dann habe ich den auch jetzt. Das wäre geil. Ach so, ich komme auch gerade noch nicht wieder drauf. Ja, ja, es gibt eine Sperre. Aber wie lange? Ohne 1. Nein. Oh, er liegt vorn. Du auch? Gambo ist so ein Nachmacher. Ist ja unglaublich. Machst du jetzt Logo nach oder was? Reiche ich dir nicht mehr? Oh, Jungs, ich bin mit Letzter. Wieder fünf Minuten schweigen, konzentrieren. Ja, also. Okay, herzlich willkommen auf Weichstimilator. Ryan, Ryan. Hör, wo bin ich denn? Ah, moin. Und Gambo ist auch da. Oh, nee, dann klauen wir uns ja gegenseitig die ganzen Zombies jetzt hier. Ja, aber warum bin ich denn eben Bogenmeister-Logo? Das mag ich nicht. Ich habe noch nichts getroffen. Ich habe einen getroffen. Ich habe erst einen getroffen. Jetzt habe ich... Der Gold ist meiner, Jungs. Nein, das ist meiner. Jawohl. Das sieht so traurig aus. Ich sehe halt, wie wir alle nichts treffen. Ah, der Goldene. Jawohl. Oh, jetzt habe ich einen Lauf. Der Goldene. Nein. Noch ein Goldene. Das ist meiner. Jawohl. Was ist das? Explosiver... Nein, das wollte ich haben. Was soll denn das? Aber das hat nichts gebracht. Hä? Du hast jetzt einen extra Bogen. Den kannst du auswählen. Ach, Leute. Stimmt. Boah! Was war das? Logo ist komplett konzentriert. Ich bin eins mit dem Bogen. Ich treffe nichts mehr. Ich bin dritter, aber ich... Nein, vierter jetzt. Nein! Alter, ich habe echt überwiegend viel getroffen. Aber ich war... Keine Ahnung, Alter. Was war ich? Platz sieben. Ich bin vom dritten auf den sechsten. So in zwei Sekunden. Ähnlich funktioniert. Das hat nicht richtig gezählt oder so. Ich glaube auch. Ohne sechs. Blösex. Ach so. Alle. Wow. Die gönne ich euch. Buntes Chaos. Was ist das? Äh, das... Was du in der Hand hast, musst du drauf. Ich bin vorab. Ich bin vorab. Also ist das da, wo ich auf die Blöcke stehen muss, wo die angezeigt sind? Ja. Kann sein. Kann sein, ja. Gutes Deutsch. Ja, so funktioniert das, Gambo. Jetzt nicht auf gelb, Gambo. Alles war... Oh mein Gott. Ich wünschte, man könnte sich runter bocken. Ach du Scheiße, Mann. Hey, grün. Hey, grün. Herr Gambo, ich muss es nicht mal mit machen. Du bist tot. Nein. Du bist schon ausgeschieden. Ich habe es gesehen. Nein, ich bin wild. Oh mein Gott. Aber das ist doch auch ein reines Luck-Based-Game, oder? Da, wo man halt landet. Wie schnell man reagieren kann. Ja, teilweise schon. Und blau. Ja, perfect. Moin, Logo. Moin. Ich bin hochkonzentriert. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Moin. Schwarz, schwarz. Nein. Oh mein Gott. Puh. Dieser Abbasen-Sales. Und nochmal schwarz. Gambo, du bist eh tot, Mann. Hör auf. Oh oh. Perfekt. Ja, ich bin auch weiter mit. Selbst als Geist bin ich schon fünfmal rausgeflogen. Oh mein Gott. Hä? Ich war selber gekillt, Alter. Wieso hast du so viele Safe-Points? Ja, die kann man hier einsammeln. Nie, ich bin hier ein. Pass auf, den gönne ich mir auch. Und dann aktiviere ich direkt. Ich wünsche dir so derben Hinschick, Alter. Was? Was habe ich dir getan? Erster. Was glaubt ihr, warum ich gerade gekickt wurde? Nein, Quatsch. Mann, Alter. Das ist doch nicht fair wie Ryan spielt. Das ist im Spiel, also ist es auch fair. Nee. Doch. Oh, ich habe eine Eins. Nein. Und eine Sechs. Das nehme ich. Ich heiße Bronzespieler, Alter. Garen Toplane oder was? Ich heiße Riot, Alter. Ist das der echte Ryan? Ja, ich werde schon unerkannt, weil ich hier der beste Minecraft-Partyspieler bin. Das ist doch einfach nur dummes Boxen, oder? Ja, dieses Runtergebockte. Achso, es geht noch gar nicht los. Wieso geht nichts? Erster, Mann, ich brühe eigentlich Schlagstöcke. Oh, das ist ein Power-Up. Das kannst du auch einsammeln. Oh, da kam, glaube ich, fast was mit, Alter. What the fuck? Da kam mit ziemlicher Sicherheit was mit. Junge, ich habe noch nicht einen runtergebockt. Ja, ich habe noch nicht. Ich schon. Double kill, double kill. Einen habe ich. Oh. Bamm. Oh, ich kriege noch Angeln. Was soll ich? Nein. Zack. Ich bin auch zweiter, oh mein Gott, oh mein Gott. Soll du zweiter aufhören? Ja, musst du Dinger einsammeln. Ich habe mich selber gekillt. Gehen Sie weg. Perfekt. Die bitte auch. Oh, Logo, Logo. High five. Da kommt der innere Affe. Oh, ich sterbe nur noch. Die pfeifen sich hier komplett. Oh, Gambo, moin. Ich bin über dich gespawnt. Ah, Gambo, moin. Mach dich weg, Junge. Komm her, komm her. Eins versus Eins. Tschüss. Nein. Nein. Ich hatte so eine gute Platzierung. Ich will doch nur mal Mario Party gewinnen, Alter. Das ist mein größter Hund. Was bringt das? Kannst du dich wieder mit saven? Kannst du dich irgendwo hinziehen? Ja, kannst du den Giveaway unten in der Videobeschreibung. Kannst du ja enter the Giveaway. Ich habe noch einen Enderhaken. Ich habe zwei. Ist mir doch egal, was du hast, Alter. Ich wollte auch für den Schlagstock, aber ich kriege nicht einen. Ich will gewinnen. Oh, es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Nee. Ganz ruhig. Nee, 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 nee. Nee, du machst mich hier noch die Anzeige nackig. Was? Was? Nein. Aha. Ey, wenn ich es noch bis auf den Dritten schaue. Elfter. Siebter. Alles gut. Bis Vierter. Vierter ist auch gut. Fast Dritter. Nächstes Mal vielleicht. Oh, ne Vier. Ne Fünf. Oh, war ja gerade Vierter Platz. Oh, Bowser fällt. Jawohl. Drei nach vorne. Let's go. Okay, jetzt geht's los. Och, nee. Ich hasse das Spiel. Letztes Mal sind wir da alle nur gestorben. Ich habe die ganze Zeit nur Auer gestorben. Deinem habe ich doch sogar den ersten gemacht. Echt? Okay, okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Mein Fehler. Aber diesmal mache ich den ersten. Nee, ich. Och, Gambo, Alter. Du in der letzten Ecke, Alter. Gambo, du weißt doch nicht mehr, wie man springt. Gambo, du musst Leertaste, by the way, benutzen. Ja. Das ist eine Lügel. Ich bin gestorben, Leute. Ich habe verkackt. Ich habe alle enttäuscht. Ja! Nein! Ja, Ryan. Ja. Wer ist jetzt der bessere Weinenfeld, hä? Meine Leertast hat geklemmt. Ach, komm, Alter. Ja, ich bin vorm Ziel gestorben. Ich hätte noch Dritter werden können. Ja, ich glaube, du bist einfach schlecht. Ja, ich habe nachgelassen. Ich habe nachgelassen. Du bleib immer wieder an der selben Ecke hängen. Du bist einfach schlecht. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Dein ganzer Kanal von wegen PvP-Skill und Jump'n'Run-Profi und whatever, der beruht einfach nur auf einer riesigen Lüge. Und zwar, das ist alles gefaked. Das Gameplay ist vorher aufgenommen. Das ist von dir, das Gameplay. Du spielst gegen irgendwelche Bot-Lobbys, Mann. Wo ist es schon die ganze Zeit? Es ist lächerlich. Willst du nicht exposen, Mann? Oh, eine 3. Bitte, 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 jetzt was Besseres. Ich habe eine 3. Ich habe eine 2. Jetzt bin ich locker nicht mehr Erster. Ich habe eine 5. Oh nein, bist du vor mir? Äh, ich habe... Ach nein. Alter! Ah, ich bin zweiter, du noch. Ja, ich war die ganze Zeit Erster. Bis jetzt. Was ist denn... Was ist denn Blöck-Hüpfer? Du musst... Da sind Blöcke und da musst du drauf hüpfen. Ah, cool. Was darfst du denn jetzt wieder? Sag nicht, dass du ein Jump'n'Run ist. Doch, das Ding kenne ich ja gar nicht. Ach nee. Aber da wir ja wissen, dass Ryan seine ganze Jump'n'Run-Erfahrung bloß auf Lügen basiert, sollte das eigentlich kein Problem sein. Okay, jetzt Challenge-Stimmig. Ich werde Erster. Oh Gott, ich bin schon runtergefallen. Oh, Kacke. Komm schon. Oh, Mann. Ihr könnt Checkpoint setzen, ne? Mit Rechtsklick. Aber dann dauert es länger, bis der nächste Block spawnt. Je mehr Checkpoints ihr habt. Och nee. Okay, ja, ich habe verkackt. Ich bin runtergeflogen. Ich wollte es ohne Checkpoint schaffen. Ihr macht mich zu nervös, dann kann ich das nicht. Toll, ich kann nicht springen, weil über mir ein Block ist. Nein! Ja, bei mir auch. Och nee. Ey, so ein Dreck. Ich wäre so eh Erster geworden. Deswegen war das nur... Bei mir ist einfach ein Block von jemand anderem draufgesprungen. Ja, war bei mir auch. Über mir war ein Checkpoint von wem anders. Dann konnte ich nicht springen. So langsam, ne? Oh, ey. Oder auch nicht. Der Groß meint, ah da. Ich schaffe den vierten Jump. Ja, ich muss, glaube ich, mehr Checkpoint setzen. Das Problem ist, dann dauert es so lange, bis ein Block spawnt wieder. Ja, wow, Platz 8. Aber wie gesagt, ich fand das auch verwirrend. Am Anfang das Spawnblöcke und dann disziplieren die einfach wieder. Und ich bin erst mal gar nicht hochgekommen. Ich habe einfach kein... Wisst ihr, ich habe da so ein kleines Problem. Du kommst nicht hoch. Ja, ich kriege also... Problem, er kommt nicht hoch. Vielleicht einfach mal... Ja, sozusagen. Ja, so... Brian baut nur noch 15 Felder bis zum Ziel, Alter. Der ist ein reiner. Von mir ist keiner. Okay, Jump'n'Run. Jetzt kommt die Redemption. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Mann, Jump'n'Runs sind kacke, Mann. Bitte was? Ich konnte es früher noch auf meine Tastatur schieben, aber jetzt halt... Stimmt, du hast die gleiche wie ich jetzt, ne? Ich sag ja, Nachmacher. Alles. Du heißt eigentlich gar nicht, Kambo. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das super schlimm finde, ne? Dass man hier in den Jump'n'Run-Kack seinen Arm nicht sieht. Wie? Das macht mich hier richtig fertig, ne? Dass man rechts seinen Arm nicht sieht. Achso, seinen Arm. Ich habe einen Namen verstanden. Boah, ja, das macht mich auch kirre. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Das ist bei dem, warum ich so schlecht in Jump'n'Run bin, wenn ihr... Ja, aber Jump'n'Runs. Ey, Mann, ich werd so blockiert am Anfang. Was ist das? Oh Gott, ich mag das Jump'n'Runs leider nicht. Ich kann das nicht. Wenn du ne Blockade hast, Kambo, ne? Och, nee, ich kann das Glas-Ding hier nicht. Warum die D-Map? Nein, 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 nein. Alles kacke. Ganz ruhig. Habt das. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Solange ich dritter werde, noch... Oh, nein! Bitte was? Mach's mal Handcam, dann red' mal weiter. Hab ich schon gemacht, Mann. Junge, ich bin 6er, Alter. Ja, schon ein paar Mal. Wirklich? Hast du bewiesen, wie hübsche Hände du hast, oder? Ja, ich... Ja, 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 ich bin eigentlich Handcam-Modell. Warum gucken Leute eigentlich Handcam-Videos? Gucken sich da die Hände von anderen Leuten an und sagen, Ähm, ich wünschte mir meine Hände wären so... Ey, du meinst, mein Arm ist hier, bin ich gleich viel geiler unterwegs. Warum darf man seinen Arm nicht sehen? Ich brauch den. Das ist so meine Orientierung. Das ist mein Rettungsanker in der Null. Das ist mein, äh... Wie heißt denn das nochmal? Drei. Sechs und zwei. Das geht gar nicht. Das hat er jetzt eh gleich gekriegt. Doch, ich hatte auch zwei Würfel. Ich bin immer noch Zweiter. Der eine ist so weit vorne. Oh, nee. Kampfarena? Ja, das ist ganz was für mich. Das ist da. Da kommen nur die Schwitzer. Das wird schwierig. Nee, Alter. Ach so, ist das Love Man Standing? Nee, immer eins versus eins. Ja, aber dann im Turniersystem oder was? Ja, dann kriegen sie einfach mal Punkte. Also du musst den Kampf so schnell gewinnen wie möglich. Weil dann kriegst du auch mehr Kämpfe insgesamt nachher. Oh boy, gegen Platz eins. Oh nein, Platz eins hat mich gekillt. Ich glaube, wenn man stirbt, verliert man sogar Punkte. Wir stehen gerade voreinander und spammen uns mit dem Bogen an. Mein Gott, das sind gute Typen. Jo, meiner hat sich einfach geportet gerade und war vorher in der Wand. Garantiert keine Lags. Ich will gegen euch kämpfen. Ah, ich hab glaube ich eins verloren. Fuck. Oh, du bist noch Zweiter. Junge. Oh, Gambo, 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 Gambo. Ich hasse das 1-8-Pvp-System, Mann. Das ist so lächerlich. Ah, GG easy, Gambo. GG easy. Och nee, nicht Lobo. Oh, oh. Jawohl, jetzt kann ich meine Tierlist beweisen hier. Junge. Gegen beide gewonnen. Oh, nee, nicht schon wieder. Ich war so froh mit dem Sieg gerade. Oh, oh. Mann, ey, kackt, Bossbäber. Wir müssen den Kampf schnell gewinnen, damit wir mehr Kämpfe kriegen. Ja, deswegen, ich ziehe ja mehr raus. Nein. Oh, was? Das kann nicht sein, ich glaube, du hast gehackt. Ey, Alter, der... Ich höre, Alter, wenn ich gegen diesen einen Typen, der auf Platz 1 ist, kämpfe, höre ich einfach 10.000 Kritze. Alter, ich habe einen hier, der ist komplett durchlöchert mit fucking Pfeils, Bruder. Der sieht aus wie diese Snack-Kugeln, wo so zartig... Ich muss noch mal, oder? Ich habe Platz 3 geschafft. Alter, aber kriegt den Kütten. Scheiß, wie heißt das? Der erste hatte 43 Punkte, wie zweiter Platz.